Wie wir noch Kinder waren, da waren ja wirklich alle Erwachsenen nur unfreundlich. Aber souverän unfreundlich. Das war ursprünglich meine Hauptmotivation, überhaupt erwachsen werden zu wollen. Weil zu uns Kinder waren sowieso unfreundlich. Aber auch untereinander, die haben sich da nicht viel angedannt. Und zwar immer, alle, der Kreisler, die Milchfrau, der Gaskassier. Aber durchaus auch Menschen mit Berufen, die es heute noch gibt. Also, Dachsler, Poorer, Frischfleisch, Fachkraft an der Supermarktbudl. Das waren aber auch durch die Bank noch keine Dienstleister in dem Sinn. Dienstleistung war noch nicht erfunden, darum ist da noch niemanden angegangen. Die waren souverän. Wenn die mit dem falschen Fuß aufgestanden sind, da hast du dann als Kunde scheißen gehen können. Und das hat schon klasse gehabt. Und das war auch kein Privileg. Weniger, auch die Überflüssigsten in der Gesellschaft. Bramweischaffner. Die man rein technisch damals bereits locker durch Fahrkarten entwerte Automaten hätte ersetzen können. Da sagen wir, ein Kastel, wo es klingelt, wenn du ein Zettel rein schiebst, das wäre innerhalb der technologischen Reichweite der 70er-Jahre auch in Österreich gelegt. Aber trotz dieses praktisch permanenten Wegrationalisierungsdrucks haben die trotzdem dann nicht so unterwürfig mit so einem nachgemachten kalifornischen Tetanusgrinsen irgendwie permanent kundenorientiert ge-Individual-Service. Die haben Karten gezwickt. Oh, 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 oh Vielen Dank.